Einen wunderschönen guten Tag! Heute haben wir mit dabei Doreen Virtue, das Heilorakel der Engel und Mondpriesterschaft von Anne-Mareike Schulz und Dennis Möck-Ludwig. Auch sehr zum Empfehlen wieder bei die Kartendecks. Lasst euch heute entführen in die Macht des Aprils. Ja, der 2. April. Schauen wir rein. Wenn du dein Abo, Kommentar und Like da lässt, geht es auch noch täglich und wir wachsen gemeinsam. Und jetzt nach dem Stelldurchlauf lege ich auch direkt los. So, liebe Seele, dann wollen wir nochmal sehen, was der Tag für dich bereithält. Jetzt am Wochenende haben wir den Selbstliebe-Workshop. Wenn du dich noch einschreiben willst, es geht über Zoom und es wird wundervoll, energetisch, reinigend und herzöffnend. In der Videobeschreibung findest du den Link dazu. Jetzt aber in den Tag hinein. Was bringt dieser Dienstag? Man sieht hier, auf jeden Fall geht es um das Thema Fortschritt in deiner Seelenschaft. Und da geht es auch los mit dem göttlichen Zeitplan. Oh, das ist so wertvoll heute. Denn es geht hier um die Balance zwischen Geduld und Ungeduld, weil deine Herzensprojekte natürlich auch mal in eine entscheidende Richtung geführt werden wollen. Du natürlich mit deiner Tatkraft auch gerne mal nach vorne gehen möchtest und tatsächlich dann im Beruflichen und Finanziellen hier mal richtig reinen Tisch machst für dich. Das ist ein Schritt in deinen göttlichen Zeitplan, ohne dass du fragen musst, wann, wie oder was. Also, wann finde ich meinen Job, wann habe ich mein Geld etc. pp. Du gehst hier in den göttlichen Zeitplan und weißt ganz genau, du kannst darauf vertrauen, denn alles ist so geführt. Daraus entsteht dann auch hier diese Entlastung für dich im Arbeitsbereich. Also, heute wird ein sehr, sehr schöner Arbeitstag, wo du auch merkst, deine Work-Life-Balance kommt wieder voll in Gange. Du bist hier in deiner Thematik vollkommen wieder drin. Du wirst nicht mehr in diese falsche Energie gezogen, die immer wieder ein bisschen von deiner Energie gestohlen hat, sondern dein göttlicher Zeitplan sagt dir, es passiert gerade alles zur richtigen Zeit. Der Ort ist jetzt nicht gerade richtig, da sieht man nämlich noch ein bisschen Defizite, aber auch Entscheidungen sind heute primär präsent, weil dein göttlicher Zeitplan dir eben auch den Takt deines Lebens aufzeigt. Und daraus entsteht dieser Mehrwert für die Entlastung, für aber auch die Schicksalsfügung, die sich hier zeitgleich ergibt und ja, das ist schon Mehrwert auf höchstem Niveau. So, da kommt die Mondprinzessin dazu. Indem du hohe Ansprüche an dich stellst, setzt du deine Ziele. Jedoch habe im Blick, dass diese dich auch ausbremsen können. Überprüfe, ob sie aus Liebe oder aus Angst herausgesetzt wurden. Und da geht es jetzt eben mit dem göttlichen Zeitplan um deine Entscheidungen. Sehr, sehr gut, weil deine Visionskraft und Manifestationskraft heute sehr stark am Wirken ist, ist es für dich enorm wichtig zu spüren. Handle ich aus Liebe zum Detail? Handle ich aus Leidenschaft, weil ich das für mich wirklich möchte und weil ich denke, das gehört zu mir und meinem Lebensweg? Oder handle ich, weil man von mir erwartet, weil ich fehlgeleitet werde? Oder weil ich vielleicht auch Angst vor der Zukunft habe und deswegen in irgendeinen Impulsschluss gehen werde? Wenn du das, finde ich, dann mit der Mondprinzessin klärst, ja, und die Klärung liegt ja auch schon hier, wirst du dich gar nicht mehr so im Stillstand fühlen, sondern du merkst, wie du verwurzelt bist und dass es eher Stabilität ist, was du als Stillstand gespürt hast. Es geht nur darum, jetzt nochmal die Eckpunkte zu signalisieren. Und zwar geht es um Entscheidungen, Entscheidungen, die du aus dem Herz heraustreffen solltest, für dich in Liebe. Und damit fegst du auch alles weg, was so an deiner Energie zehrt oder eben versucht, dich manipulativ zu leiten. Ja, und da haben wir die Heilung. Was sollen wir da groß dazu sagen? Die Heilung liegt hier primär heute im Finanziellen. Wir haben sie im Finanziellen Weg. Das ist sehr, sehr gut. Man sieht auch hier die Thematik der Heilung in Herzensangelegenheiten. Dinge, die dich sehr, sehr lange heruntergezogen haben, bekommen heute nicht mehr die Bedeutung, die sie vorgestern noch hatten. Also du spürst auch, dass du nicht alleine bist mit der Thematik, die du verspürt hast, sondern dass es auch ganz, ganz viele Menschen um dich herum gibt, die genau das Gleiche schon mitgemacht haben und auch dort aussteigen konnten. Also sehr schön für dich. Die Heilung im Beruflichen, die erfordert heute eben deinen Impuls, dass du für deine Berufung etwas tust. Und für deine Berufung etwas tun bedeutet, manchmal auch über seinen eigenen Schatten zu springen, auch wenn das ein bisschen mit Mangel belastet ist. Aber die Belastung wird ja durch deine Entscheidung heute entlastet. Also ist auch hier Herzheilung für dich angesagt. Und das ist natürlich schön, weil es dir ja Präsente gibt und schenkt, die dir aufzeigen, dass Wachstum langsam dauern darf, dass Wachstum stetig sein kann und das Vertrauen in dich und dein Leben zurückkommen wird. Ja, gerade im Bereich Beruf, gerade auch im Bereich deiner Aufarbeitung. Da haben wir den Neumond. Jedes deiner Worte ist ein Zauberspruch. Ja, ich habe ja gesagt, Manifestations- und Affirmationskraft heute enorm bei dir. Jeder deiner Gedanken ist ein Samenkorn. Jedes deiner Gefühle ist ein sich ausdehnendes Universum. Und das ist etwas, was du noch nicht ganz verinnerlicht hast. Das sieht man hier. Du kämpfst noch ein bisschen daran, ja dagegen besser gesagt, dass alles, was du auch spürst und fühlst, dass du das aussendest, dass das teilweise noch im Mangel ist, weil das sehr ego-behaftet ist. Du gehst manchmal an Dinge heran mit einem Vorurteil. Aber dieses Vorurteil ist nicht gewollt. Es ist nicht in deinem Herzen. Man sieht auch hier, dass dein Herz dagegen ankämpft, sondern es ist ein Vorurteil, weil du deine Lebensgeschichte ein wenig damit verbindest. Und das darfst du jetzt für dich langsam auflösen. Das bedeutet, dass du vielleicht Schubladendenken ablegen darfst. Das ist etwas sehr, sehr Gutes, weil gerade durch Schubladendenken Dinge sich in deinem Außen auch immer wieder so projiziert haben. Du hast deine Umwelt geformt, ohne dass du sie überhaupt so haben wolltest, weil du deiner Macht von Gedankenkraft, von Wortkraft und von Fühlkraft gar nicht, du warst dessen nicht so bewusst, darfst das jetzt natürlich aber ausleben und mal positiv agieren. Deswegen, wenn du vielleicht immer Pech mit Männern hattest, gestehe dir ein, dass es so war, dass du vielleicht auch bei manchen Dingen zu lang weggeschaut hast, aber dennoch kann es ja gute Männer geben. Das eine schließt ja das andere nicht aus, sonst würde es ja auch nur Licht geben oder nur Schatten. Und so funktioniert unsere Welt nicht. Wir brauchen auch die negativen Erfahrungen, um zu wissen, was uns positiv stimmt. Und das wirst du heute signalisieren, auch aussenden und das macht dich ganz, ganz groß auf deinem Weg, weil so findest du in deine männliche und weibliche Attribution und kannst auch dein Herz hier wirklich wachsen lassen. Auch das ist Heilung gespiegelt, kann man gut sagen. So, der göttliche Zeitplan bringt dich oder bringt dir die Zeit zum Feiern, auch das ist natürlich für mich jetzt nichts Verwunderliches, weil du dich ja öffnest. Du öffnest dich ja in allen Bereichen. A, gehst du dein Finanz- und dein Berufsthema heute an, welche eben in der Problematik gelöst werden dürfen. und hier im Heilprozess plus deiner Selbstwerdung, ja, was so allumfassend ist. Das ist so wie ein Greifarm. Heute wird alles gepackt, einmal durchgeschüttelt und genau dein Ziel darf hier dann herauskommen. Die Zeit zum Feiern zeigt einfach auf, dass du dich zelebrierst. Und du zelebrierst dich im neuen energetischen Licht, in der neuen Liebe, die du dich siehst, in der du dich siehst, aber auch in den veränderten Verhaltensmustern, weil du dir selbst mehr Glück zusprichst. Und das hat etwas mit sehr hohem Faktor der Selbstliebe zu tun und gibt dir auch jetzt Mut, für die nächsten Tage diese Motivation mitzunehmen. Ja, und nach dem Feiern, was brauchen wir da? Natürlich drei Tage Pause oder einfach die Stille. Ganz still und leise formen sich die Mondphasen am Firmament und bewegen damit die Meere, das Leben, die Gefühle, die Empfindungen und Energien. Erkenne, welche unmerkliche und sanfte Kraft in der stillen Bewegung liegt und was sich gerade tatsächlich hinter den Schleiern für dich eröffnet. Und das ist dann einfach die Reflexion des Tages. Was macht das denn mit dir, wenn du deine Gefühle auf einmal siehst? Wenn du deine Manifestationskraft, Spürkraft, Fühlkraft, Sehkraft, wenn du das alles wirklich mal für dich annimmst? Was passiert in dir? Dieses göttliche in dir erkennen ist ein Fest, aber kann auch Angst machen. Und deswegen solltest du dir dann auch nochmal die Zeit nehmen in der Stille, alles für dich aufzunehmen, aufzunehmen, anzunehmen und nochmal zu reflektieren. Sehr, sehr schöner Tag. Sehr energetischer Tag auch. Muss man ja sagen. Wir schauen mal in den göttlichen Zeitplan. Ist es das Lernthema oder haben wir hier die Manipulation? Da haben wir eher die Lernthematik. Steh dafür ein, dass Unterstützung auch sein darf. Das ist im göttlichen Zeitplan auch so vorgesehen, dass wir im Kollektiv handeln und nicht nur aus dem Ego. Das Herz für deine Wünsche liegt in der Arbeit. Also ganz klar Fokus auf Berufung legen und dich somit auch deiner Berufung näher bringen, weil hier hast du ab und an mal nicht deinem Impuls gefolgt. Solltest du jetzt aber tun. Die Zeit zum Feiern in der Machart. Hier geht es um dich persönlich. Feiere dich. Feiere dein Leben und feiere auch die neue Harmonie, die du für dich empfinden wirst. Und das ist natürlich auch was Wichtiges. Neue Harmonie zu finden, zu spüren, zu leben, bedeutet auch, dass ich mich in Situationen anders verhalte. Neue Verhaltensmuster anzunehmen, kennenzulernen, ist auch ein sehr, sehr großer Spiegel für mich in meiner Bewusstwerdung. Deswegen auch sehr schön. Die Entscheidungen in der Stille liegen ganz im Erfolg. also egal wie du dich entscheidest, es wird für dich eine gute und wichtige Entscheidung sein und der Fortschritt liegt heute ja ganz im Falle deiner Reise, deines Vorankommens, deiner beruflichen Sicht. Für dich ist gesorgt, für dich ist hier auch definitiv noch ja noch nicht Land in Sicht, sondern die Reise hat erst begonnen. Du darfst dich aber glücklich schätzen, dass du dich auf deine Reise gewagt hast. Lass gerne deinen Like, Kommentar und Abo da und wenn du mit mir zusammenarbeiten willst, schau in die Videobeschreibung. Mein Team und ich stehen dir gerne in Personal Coachings und auch in Ausbildungen zur Verfügung.